Wir werden ihn im österreichischen Fußball und im internationalen Fußball sicherlich noch sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin wieder zurück am Fusa-Platz und auch auf YouTube und es gibt einen geilen Typen. KS Freak, der Viktoria-Platz und ich, wir warten auf dich hier in Meitl und du wirst keine Chance haben. Dann, du lebst. D D D Untertitelung des ZDF, 2020